Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Josko Fitness Podcast Folge. Heute erwarte dich eine ganz spezielle Folge, denn wir wollen mal darüber sprechen, warum denn das alles mit Josko Fitness angefangen hat und wie es angefangen hat und was so im Laufe dieser ganzen Jahrzehnte passiert ist und freue dich auf eine wirklich spannende und lustige Folge, denn es ist viel passiert. Das ist der Josko Fitness Podcast. Hier erfährst du, wie du mit Leichtigkeit und Freude gesund und fit bleibst und das auf eine ganz neue Art und Weise. Mein Name ist Tim Josko und seit über 43 Jahren betreiben wir im Familienbetrieb einen der renommiertesten Fitnessclubs in Deutschland. Diese jahrelange Erfahrung aus der Praxis fließt hier in den Podcast für dich. Freue dich also auf informative Experteninterviews zu den Themen Gesundheit und Fitness mit den besten Tipps und den größten Mythen und auf motivierende Gespräche mit ganz normalen Menschen, die ihre Trainingsziele erreicht haben und finden heraus, wie sie es geschafft haben. Das alles kombiniert mit viel Hintergrundwissen zu Training und Ernährung und lustigen Storys aus dem Fitnessalltag. Ja, hallo Papa. Freue mich sehr, dass wir diese Folge endlich gemeinsam machen können, denn ich weiß, was alles passiert ist und weiß, was alles dahinter steckt und finde es unglaublich wichtig, dass wir mal darüber sprechen und die Geschichten gehört werden, denn sie sind es definitiv wert. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir diese Folge gemeinsam machen können heute. Ja, ich freue mich auch drüber. Ich finde es toll. Ich finde es natürlich spannend, wie aus einer Idee etwas geworden ist, dass man doch rückblickend als Erfolgsstory bezeichnen könnte. Definitiv, definitiv. Wir haben den Titel genannt, wie alles angefangen hat, wie alles anfing und für diejenigen, die das noch nicht wissen, weil sie uns vielleicht als Unternehmen und als Fitnessclub noch nicht so kennen. Wir haben in Süddeutschland einen Standort und sind schon immer hier in Süddeutschland vertreten und leben schon immer für einen Standort. Das hat uns schon immer ausgemacht und macht uns auch nach wie vor aus. Was aber der Inhalt von heute ist und was die Sache so interessant macht, ist, wann es mit diesem einen Standort angefangen hat und das ist schon ein bisschen her und genau, da wollen wir mal anfangen. 1977 habt ihr Josco Fitness gegründet. Warum? Also die Frage kann man ganz konkret beantworten, weil es keine Trainingsmöglichkeiten gab und ich eigentlich durch einen Zufall auf Gewichtstraining gestoßen bin über einen Bekannten, der in einer Kampfsportschule trainiert hat. Da haben Uschi und ich uns nebenbei bemerkt kennengelernt und der war so relativ muskulös und ich fand das imponierend und dann hat er mir erzählt, dass er mit Handeln trainieren würde, was für mich damals noch etwas war, was ich nicht einordnen konnte so richtig. Er hat mich eingeladen zu sich und wir haben dann gemeinsam trainiert mit dem einen Handelpaar. Nehmen wir uns mal ganz kurz in diese Zeit zurück. Ich gehe mal davon aus, dass viele zuhören heute, die 1977 nicht bewusst miterlebt haben oder gar nicht miterlebt haben, so wie zum Beispiel ich. Nehmen wir uns mal in die Zeit zurück, 1977. Welchen Stellenwert hatte dort Fitness? Du sagst gerade Handeltraining. Gab es da nur Gewichtheben? Was war das für eine Zeit in Bezug auf den Sport? Also die Zeit war so, dass es WhatsApp noch nicht gab. Das hatte Spaß, ja. Also es ist schon eine völlig andere Zeit gewesen. Die Uhren gingen total anders. Ein Fitnesstraining in dem Sinn, wie es das heute gibt, gab es zu der Zeit natürlich überhaupt nicht. Es gab so ganz, ganz vorsichtig in den Anfängen eine Entwicklung aus Amerika, die hieß Bodybuilding. Das fanden natürlich die jungen Leute bei uns dann zum Teil schon recht attraktiv und interessant. Aber ein Fitnesstraining auch mit Gymnastik, mit Aerobik oder sonst irgendwas, das gab es zu dieser Zeit noch überhaupt nicht. Bodybuilding, wie habt ihr euch informiert? Du hast gerade gesagt, WhatsApp gab es nicht. Das ist uns klar. Wir wissen auch, dass es Internet in dieser Form natürlich nicht gab. Und auch das Fernsehprogramm war wahrscheinlich sehr begrenzt und hat keinen Platz für Bodybuilding gehabt oder doch. Also wie seid ihr überhaupt in Berührung mit sowas gekommen, abgesehen von einem muskulösen im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis? Also im Prinzip gab es nur eine Möglichkeit und das waren Hefte. Und in den Heften wurden Übungen beschrieben. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir dann zum Teil die Beschreibung völlig falsch interpretiert haben. Hört es auf Englisch? Nee, nicht zwingend, aber wenn es hieß, Bizeps curl, den kleinen Finger nach außen drehen, dann war das etwas, wo wir falsch rumgedreht haben. Also es gab keine Möglichkeit, sich wirklich fundiert zu informieren. Und als wir dann diese, als wir geplant haben, so einen kleinen Fitnessclub zu eröffnen, vielleicht kommen wir nochmal zu den Grundlagen, bin ich zu jemandem nach Stuttgart gefahren, das war Peter Gottlob, der dort so einen Fitnessclub hatte und der eben mir bekannt war aus diesen ganzen Heften. Und dann bin ich hingefahren, habe den erst angerufen, habe ihn gefragt, ob ich mich mal mit ihm unterhalten könnte und er mir da Tipps geben könnte, weil ich im Prinzip doch relativ wenig Ahnung hatte. Er hat das zugesagt. Und ich möchte eine Frage, die ich ihm damals gestellt habe, kurz erwähnen. Und die hieß, Herr Gottlob, meinen Sie denn, dass dieses Training auch etwas für Frauen ist? Ich glaube, mehr muss ich im Moment nicht mehr dazu sagen. Nein, das zeigt es definitiv, wobei du da ja schon deutlich weiter warst. Da war der Entschluss ja schon gefasst, den Fitnessclub klar aufzumachen, oder? Auch ein gewerblich orientierter, jetzt nicht nur eigene Trainingsmöglichkeiten, sondern da seid ihr ja wahrscheinlich schon einen Schritt weiter gewesen, wo es wirklich darum ging, okay, wie betreibe ich sowas, dass auch Fremde bei uns trainieren können. Vorher hattest du gesagt, ihr habt angefangen, über Fitnessräumlichkeiten zu sprechen, weil es keine Trainingsmöglichkeiten gab. Also es war wirklich so ein bisschen, ich sage mal, wenn ich Skateboard fahre und es gibt keine Rampe in der Nähe, dann baue ich mir halt selber ein und stelle sie mir so in den Hof. Und so ähnlich habt ihr es auch gemacht. Ihr wolltet trainieren, es gab nichts, also habt ihr euch die Gegebenheiten selber geschaffen. Und es ging natürlich auch darum, ich sage mal, die Kosten irgendwie aufzuteilen. Also hat es eigentlich keine Möglichkeit gegeben, als sich da irgendwie gewerblich diesen Schritt zu machen. Und wir haben das in der Kampfsportschule gesehen, wie das dort funktioniert und haben dann verschiedene Dinge auf uns übertragen. Wer ist denn uns zu der Zeit gewesen? Also das war die Uschi, meine Frau, die von Anfang an mit dabei war. Wir haben 1979 geheiratet, also 1977 waren wir noch unverheiratet und wir haben von Anfang an gemeinsam diese Sache aufgegleist. Ganz am Anfang hat sogar noch meine Mutter mitgeholfen, die aber leider schon mit 52 Jahren verstorben ist. Die hätte eine unglaubliche Freude gehabt an dem, was sich alles entwickelt hat. Das war damals nicht absehbar. Und wie war das dann, hast du zu ihnen dann gesagt, also Mädels, eben Mama, Uschi, und hast du gesagt, also pass auf, ich möchte trainieren und richte mir jetzt da Räumlichkeiten ein, macht ihr mit? Oder wie ist es zu diesem Uns dann gekommen? Wie bist du so das erste Mal an sie herangetreten und hast gesagt, pass auf, das und das schwebt mir vor? Muss ich ehrlicherweise sagen, das kann ich nicht mehr beantworten, weil das war sicher ein Prozess. Ein Prozess, der sich vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr hingedrückt, gezogen hat und der sich dann immer mehr gefestigt hat. Und hinter diesem Prozess, das muss ich allerdings rückblickend sagen, stand auch irgendwo eine Vision. Natürlich war zu dem Zeitpunkt nicht absehbar, dass sich daraus irgendeine wirtschaftliche Perspektive entwickeln könnte. Das stand auch nicht im Vordergrund. Und was, 21, 22? 22, ja. Also mit etwa 21 habe ich die Entscheidung getroffen und das braucht ja einen Vorlauf. Da war es auch nicht so, dass man googeln konnte, so was muss ich jetzt machen, wenn ich ein Geschäft eröffnen will, sondern da hast du beim Finanzamt angerufen, da hast du beim Gewerbeaufsichtsamt angerufen, hast mit den Leuten geredet. Und ja, das war herausfordernd, aber auch prägend. Und dann hast du Räumlichkeiten oder habt ihr Räumlichkeiten gesucht? Ja, also es war dann tatsächlich so, dass ein Bekannter von mir, mit dem ich darüber gesprochen habe, der hat gesagt, du, in Weil, da gibt es dieses Hotel, der Wegeler und der hat so ein Nebengebäude und da gibt es so Kellerräume. Frag den doch mal, ob er die vermietet. So, und das habe ich gemacht. Und dort sind wir gelandet. Und prompt, da sind wir gelandet. Und das war tatsächlich dann so, dass wir 80 Quadratmeter zur Verfügung hatten, die in einem Keller waren, also mit richtigen Kellerfenstern. Umgezogen haben wir uns auf den Gang und wir hatten im Durchschnitt die ersten zwei Jahre 20 Mitglieder. Habt ihr aber das gleich schon aufgezogen mit einem, also die Räumlichkeiten, Geräte rein, wo habt ihr die denn herbekommen? Ja, das war ein absolutes Abenteuer, Geräte zu bestellen, weil da gab es keinen Markt, wie ihn in heute gibt. Und das war ein eher unseriöser Gerätehersteller. Das ging dann zum Teil über einen Anwalt und das war also sehr, sehr schwierig. Aber an Vereinbarungen hat man sich da nur bedingt gehalten. Gerade was diesen Herstellerbereich, Eiweiß und all diese Sachen. Weil es halt auch eine Branche war, die es ja zu dieser Zeit noch gar nicht gab. Es ist jetzt nicht wie eine Hotellerie, Gastronomie oder die Automobilindustrie oder sowas. Ja, was es ja seit vielen, vielen Generationen gibt. Das war eine schwierige Spielwiese. Ja. Auch in dem Zusammenhang eigentlich spannend, dass ihr ja eine Branche mitbegründet habt, ihr Teil des Anfangs einer Branche wart. Ja, das kann man sagen. Weil davor gab es das ja noch nicht. Wir haben zu den ersten, ich denke, 80 Fitnessclubs in Deutschland gehört. Also ich kann mich ja erinnern, ich wollte ja im Grunde genommen von den Erfahrungen anderer profitieren, aber die anderen gab es eben nicht. Und deshalb bin ich ja bis nach Stuttgart gefahren. Also es gab in Freiburg meines Erachtens damals nicht mal einen Fitnessclub. Also wir waren da schon, ich sage immer, wir waren oder sind Fitnessfossilien. Und was da noch so eine witzige Geschichte ist, das erste Mitglied, ist ein Mitbewerber, den es heute noch gibt. Auch an dieser Stelle, Chapeau, also der ist auch einer der allerersten Stunde. Er hat dann später selber einen Fitnessclub aufgemacht. Aber er existiert auch noch, also auch ein weiteres Fossil in unserer Umgebung. Also wenn wir gerade beim ersten Mitglied sind und bei den Räumlichkeiten mit den Geräten, ihr habt ja dann aber schon, irgendwann war ja diese Schwelle zwischen, ich möchte mir Trainingsmöglichkeiten schaffen, weil es das nicht gab, zu, ich möchte es aber auch so zur Verfügung stellen, dass auch jemand drin trainieren kann. Also auch dieses Gewerbliche, wenn wir wieder bei der Rampe sind, vom Skateboard fahren, also ich habe das dann nicht nur im Hof für mich, sondern ich verkaufe auch einen Eintrittspreis dafür, dass es andere nutzen können. Das hat ja dann mit dieser Vision zu tun, von der du gesprochen hast, die ja da war, wo es ja nicht nur um das eigene Training ging, dass man auf die Bühne möchte, sondern es eher anderen zugänglich machen möchte. Als ihr angefangen habt, das gewerblich dann zu sehen oder als, ja, so aufzubauen, anderen zugänglich zu machen, wie habt ihr euch dafür den Namen entschieden? Weil das ist ja, glaube ich, das Erste, über was es dann geht. Okay, also wie nennen wir jetzt dieses Baby? Wie, weil Josco Fitness, es gibt jetzt viele Fitnessclubs, gerade für die, die jetzt auch zuhören, wo oft jetzt der Name nicht in Verbindung steht zu dem Unternehmen. Wie habt ihr da angefangen? Das ist umgekehrt. Ich werde ja manchmal gefragt, wie seid ihr denn auf den Namen gekommen? Das ist der Familienname, ja. Es war schon natürlich von Anfang an so, dass wir diese persönliche Identifikation wollten. Es ist ein persönlicher Bezug. Wir als Familie Josco standen damals da und stehen auch heute noch da und wir wollten ganz bewusst diesen Bezug herstellen. Josco Fitness, damals wie heute. Ja. Noch ein bisschen anderer, mit ein bisschen anderen CI, also mit einem anderen Logo. Ja, das war witzig. Das hat sich so ein bisschen entwickelt über die Zeit. Ja, auch so ein Logo. Ja, da musstest du jemanden finden, der dir irgendetwas malt und das war also hochkompliziert, weil der hatte ja gar keine Vorstellung, was man will. Also das war schon eine völlig andere Zeit, aber sie war für sich gesehen natürlich auch fantastisch und sie war der erste Schritt in eine Richtung. Also wir sind immer noch im Jahr eigentlich 77, 78, oder? Ja. Ihr seid dort beim Wegelein in die Kellerräume gezogen, habt dann über Umwege und auf eine dubiose Art Geräte bekommen. Ja, kann man so sagen. Und habt dann ein Logo gehabt und jetzt geht es ja darum, da irgendwie Leute dafür zu mobilisieren. Und man muss es ja wirklich so auch thematisieren, weil es konnte ja keiner was mit Fitness anfangen. Heutzutage wirst du Fitness im Raum und es ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Begriffe, die es überhaupt gibt und eine der bekanntesten Branchen mit der IT-Branche, diese Fitness- und Gesundheitsbranche. Auf Joghurtbechern klebt Fitness heute, überall ist Fitness drauf. Wie habt ihr zu der Zeit dieses Thema überhaupt mal den Menschen nähergebracht, erklärt? Was ihr dort macht, wo wahrscheinlich keiner einen Bezug dazu hatte und keiner auch wahrscheinlich das erwartet hat, was du oder auch die Mama darin gesehen haben? Natürlich muss man schon klar sagen, am Anfang ging es um Muskeltraining, es ging um Optik, es ging um Bodybuilding. Also dieser Fitnessgedanke im Sinne von Gesundheit, der war damals natürlich noch nicht so ausgeprägt, wenngleich wir den gesundheitlichen Nutzen schon immer gesehen haben. Weil gerade, weil du von Fossilien sprichst und von vielen, die oder von wenigen, die vielleicht auch noch in der Branche da sind, die Motivation und die Intention von vielen war ja früher dann doch das eigene Bodybuilding. Also viele, die früher Clubs aufgemacht haben, so vielleicht den Anfang der 80er Jahre oder 80er Jahre oder Anfang 90er Jahre, waren früher selbst Bodybuilder oder waren auf der Bühne. Kennt ihr doch diese alten Clubs, wo überall dann die Pokale stehen von den Betreibern, wie sie früher aussahen mit irgendwelchen Bildern? Und das wart ihr ja nie. Also es ging ja noch nie wirklich ums Bodybuilding primär, oder? Ja, ich meine… Mit dem Ziel schon, nicht mit dem Erfolg oder wie? Man wollte schon aufbauen, aber da ist vielleicht, die Genetik hat nicht so ganz mitgespielt. Und ein späterer guter Bekannter von mir, der war Profi-Weltmeister im Bodybuilding und da habe ich ihm mal vorgejammer und habe gesagt, Mensch, wir trainieren doch ähnlich und du siehst so aus und ich, ja, doch anders. Da hat er gesagt, weißt du, man kann aus einem Yorkshire Terrier keinen Schäferhund machen. Und er hat natürlich in der Sache recht gehabt. Er hat aber damals auch gesagt, aber wenn ich jetzt nicht Profi wäre, dann fände ich eine Figur, wie du sie hast, das Ideal. Und das war dann wieder sehr tröstlich und nett von ihm. Also wir sind an dem Punkt, das anderen näher zu bringen, was da drin ist. Aber lass mich noch einen Schritt zurück machen, weil ich finde, es gehört einfach noch diese Story dazu, weil die war für mich, ihr werdet gleich verstehen, wie sie für mich war. Also als wir den Club eröffnet haben am 10. Dezember 1977, wollten wir was Besonderes den Leuten bieten und aus den Heften kannten wir einen deutschen Athleten, der war Zweiter bei den deutschen Bodybuilding-Meisterschaften. Wir haben gedacht, okay, den laden wir ein als Gastathlet und ich habe den angeschrieben und der hat mir dann schriftlich geantwortet. Wie gesagt, andere Möglichkeiten gab es nicht als den ganz normalen Briefverkehr. Und ich habe dann mit ihm ein Honorar vereinbart. Das war relativ hoch. Das waren damals 500 D-Mark. Das war für mich unendlich viel Geld. Und das Fahrticket von damals Darmstadt nach Basel. Und wir haben also vereinbart, wann der kommen soll und so. Und ich habe das also dann auch entsprechend beworben. Wir haben dann Zeitungsanzeigen gemacht und haben auf uns aufmerksam machen wollen. So, und jetzt kam der Tag der Eröffnung und ich bin zum badischen Bahnhof gefahren und wollte den abholen. Und ihr könnt euch schon vorstellen, wie die Story weitergeht. Der ist nicht da. Und dann stehst du mit 22 am Bahnhof. Du weißt, du hast Werbung gemacht und du weißt, es werden jetzt Leute kommen, die eine Erwartungshaltung haben und du weißt, du wirst ja nicht gerecht. So, jetzt bin ich wieder zurückgefahren, habe schon Blut und Wasser geschwitzt und habe gedacht, naja, vielleicht kommt er beim nächsten Zug. Den nächsten Zug abgepasst und er war auch nicht da. Kurzum, wir haben Eröffnung gehabt. Es war eine Teilnehmerzahl. Es waren vielleicht 70, 80 Leute da, was für die Zeit extrem viel war. Und für mich als jungen Menschen, der sich jetzt vor die hat hinstellen dürfen und ihnen erklären, dass das, warum sie eigentlich primär da waren, nicht da ist, nämlich dieser Gastathlet. Das war eine extreme Herausforderung, die mich, glaube ich, hat Jahre altern lassen. Und der Oberarm ist gleich mal geschrumpft. Aber wir haben die Situation gemeistert. Wir haben den Leuten dann natürlich was offeriert. Wir haben ihnen Sekt angeboten und wir haben das doch offensichtlich glaubhaft ihnen erklären können. Das ist keine Absicht war. Bist dann nicht du eingesprungen? Nee, das hätte ich nicht können. Nein, nein. Und das ist aber 77. Das war jetzt zur Eröffnung. und das war so brutal. Weil ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich dann auch dann anschließend nach Hause gefahren bin, wie ich innerlich aufgewühlt war und seitdem immer misstrauisch war, wann immer wir jemanden eingeladen haben zu einem Gastauftritt oder sonst irgendetwas, ich habe immer diese inneren Zweifel gehabt, dass die Person kommt. Hat man noch mal Kontakt gehabt? Ja, dann später habe ich ihn mal getroffen bei irgendeiner Veranstaltung und habe ihn angesprochen, habe ihn natürlich relativ deutlich gemacht, wie ich das finde. und dann hat er gesagt, ja, du hast mir damals das Fahrticket per Einschreiben geschickt und Einschreiben hole ich grundsätzlich nicht. Das war seine Antwort. Ja, also es war nicht sehr erfreulich, aber die Lernkurve ist dann steil nach oben gegangen. Ja, und es hat dieser Gesamtentwicklung insofern nicht geschadet, als dass es ja auch deine Motivation, eure Motivation nicht ausgebremst hat, sondern ganz im Gegenteil, der Klub, die Eröffnung war gemacht, 77, jetzt eben diese Thematik, das Thema Fitness den Menschen näher zu bringen, der Region näher zu bringen, Leute dafür zu motivieren und zu mobilisieren, zu euch zu kommen. Das über die Zeitung dann gemacht, über Freunde, Bekannte, wer waren so die Ersten, die dann wirklich in die Räumlichkeiten gekommen sind, abgesehen von euch selbst, die ja trainieren wollten? Also vielleicht in dem Zusammenhang der Hinweis, es gibt heute noch Mitglieder, die aus dieser Zeit sind. Das sind wenige, aber die gibt es tatsächlich und deren Enkel sind zum Teil auch schon da. Also eine fantastische Entwicklung. Und es gab eigentlich nur die Möglichkeit über Zeitungsanzeigen. Das war der normale, übliche Weg. und man muss schon dazu sagen, sowas zu machen, wie wir das damals gemacht haben, war in der Wahrnehmung der Leute fast schon im Rotlichtmilieu angesiedelt. Also das war suspekt und da konnte auch niemand was damit anfangen. Ich möchte aber in dem Zusammenhang jetzt schon sagen, dass auch in Amerika damals die Überzeugung des gesundheitlichen Nutzens von Muskeltraining, das war da. Das wurde natürlich nicht wahrgenommen, weil es gab ja keine Studien und Menschen glauben nur das, was ihnen Wissenschaftler sagen. Aber diese Überzeugung war da und die hat sich natürlich extrem gefestigt jetzt. War das dir da, war das auch dir schon klar oder war euch schon klar zu der Zeit? Weil man muss ja jetzt, wenn wir jetzt nur mal ganz kurz für einen Moment mal springen nach vorne, was aus dem Fitness, aus Muskeltraining geworden ist, sowohl im gesundheitlichen Bereich als auch im gesellschaftlichen Bereich, im ästhetischen Bereich, wie erstrebenswert es ist. Wenn wir mal nur mal sehen, wie in den letzten 15 Jahren seitdem Social Media da ist, wie da Fitness nochmal einen Hype gekriegt hat. Man muss ja wirklich sagen, es war die richtige Zeit, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. War euch, dir damals klar, mit was ihr da eigentlich anfangt, in welcher Branche ihr euch da gerade bewegt, was das für Potenzial hat? Nein, überhaupt nicht. Das war völlig unklar. Das hätte man sich in den kühnsten Träumen auch nicht vorstellen können. Aber ich habe vorher schon gesagt, natürlich hat man eine Vision gehabt. Natürlich hat man auch die Vorstellung gehabt, dass mehr Leute für Training zu begeistern sind. Und deshalb war ich eigentlich fassungslos über die zwei Jahre lang nur 20 Mitglieder. Ich habe mir immer wieder gedacht, warum kapieren denn die Leute nicht, wie toll das ist? Was war denn mit 22, man muss dazu sagen, 13 Jahre jünger wie ich jetzt, wie alt ich jetzt bin, ich selbst, also was war denn mit 22 die Vision? So wie bei einem Musiker, damit mal Geld zu verdienen? Oder was, weißt du, wie doch viele sagen, ich möchte mit meiner Musik mal Geld verdienen. Was war die Vision bei euch? Also Geld verdienen, vielleicht nicht im Vordergrund, aber doch irgendwo so einen Lebenstraum sich zu erfüllen. Und der Lebenstraum war schon dann letztlich von dem gut leben zu können, was man als ideal ansieht. Und ich will jetzt auch einen Sprung machen. Ich hatte eine Vorstellung, was ich irgendwann mal mit dem Training erreichen möchte, wie das wahrgenommen werden soll und wie man sich vielleicht auch weiterentwickeln kann mit dem Training. Das war eine vage Vorstellung, aber als ich dann so über 40 war, ist mir das eingefallen, was ich so mit Mitte 20 mir vorstellte. Und da war mir klar, Mensch, es ist ganz genau so geworden, wie du es dir damals vorgestellt hast. Und dann kam natürlich der verschmitzte Gedanke, du warst zu bescheiden. Also es gab schon eine Idee, die dahinter war, aber diese Idee war nicht irgendwie von wirtschaftlichen Interessen geprägt. Natürlich habe ich diese Vision gehabt, Mensch, wenn man mal tausend Mitglieder hätte, das wäre ja ein Wahnsinn. Aber das war damals völlig unerreichbar. Es ist schwierig, sich vorzustellen, selbst für mich, der ja wirklich viel davon auch miterlebt hat, später dann, aber viele Geschichten schon gehört hat, euch sehr, sehr gut kennt. Aber ist es selbst für mich nach wie vor schwer vorzustellen, wie es sein muss, sich mit einem Thema zu beschäftigen, das eine größere Handvoll Menschen in Deutschland überhaupt kennt, sich damit irgendwie was verbinden kann. Und man fängt jetzt mit so etwas Neuem an. Alles, mit was wir uns jetzt immer gerade so beschäftigen, gerade auch mit dem Fitnessthema, ist allgegenwärtig, ist überall präsent. Und man muss ja schon wirklich Mut haben, sich auf ein Thema so einzulassen, das eben, wie du gerade sagst, ja, von vielen vielleicht auch ein bisschen skeptisch gesehen wurde und trotzdem so dahinterstehen und das durchzuziehen. Gerade auch, wenn die Familie vielleicht da, wie auch immer dem gegenübersteht. Wie war das denn mit der Family? Also fairerweise muss man natürlich jetzt schon auch dazu sagen, wir haben ja beide Jobs gehabt. Ich bin bei einer Großbank Vermögensberater gewesen und die Uschi hat als Floristin gearbeitet. Also wir haben schon den sicheren Hafen gehabt. Unabhängig davon wollten wir beide was bewegen. Das ist völlig klar. Das ist die Grundvoraussetzung für so etwas. Und wenn man sich ausschließlich von Vorbehalten und Ängsten leiten lässt, dann kommt man natürlich nicht vom Fleck. Das ist völlig klar. Also insofern war es schon immer so, dass wir bereit waren, aus der Komfortzone rauszutreten. Jetzt, wo du es gerade sagst, mit den Berufen. Ihr habt dann am Morgen gearbeitet, dann am Mittag, am Abend in die Räumlichkeiten zum Training. Dort dann die Mitglieder, die Bekannten empfangen und gemeinsam trainiert. Das heißt, ihr habt dann offen gehabt ab fünf oder sechs? Ja, ab vier. Vier. Ab vier. Es gab ja unterschiedliche Zeiten, wo wir, also unterschiedliche Phasen, wo wir unterschiedliche Öffnungszeiten hatten, aber so in der Regel ab vier, fünf. Und da war es so, dass ich bis fünf gearbeitet habe, bin nach Hause gekommen, habe mich umgezogen und bin dann sofort in den Club gegangen. Also der 14, 15-Stunden-Tag war die völlige Normalität über sicher 13, 14 Jahre. Also auch jeder, der jetzt heute sagt, naja, die haben es ja gut und sie haben wunderbare Räumlichkeiten, das ist das Ergebnis natürlich von einer Entwicklung. Mir ist aber auch wichtig zu sagen, es war zu keinem Zeitpunkt mir jemals zu viel. Es hat Spaß gemacht. Es war so eine Polarität. Du hast den Anzug, Krawatte und alles ausgezogen und hast dann irgendwelche bunten Trainingshosen angezogen, wie das damals üblich war. Und ich habe das immer als Entspannung, Erholung und Spaß angesehen und es war nie eine Verpflichtung. Und das ist es heute noch nicht. Heute ist ein wirtschaftlicher Druck da, in der Corona-Zeit schon zweimal. Aber es ist, glaube ich, das kann ich für die ganze Familie sagen, es ist immer Spaß, Überzeugung, Leidenschaft und das treibt uns um. Und das ist vielleicht auch manchmal der Unterschied zu anderen. Jetzt war die Eröffnung. Die ersten Jahre sind so ein bisschen reingezogen. Wie war jetzt da der Zulauf bei euch? Wie habt ihr jetzt da weitergemacht? Es hat sich rumgesprochen, es wurden Zeitungsanzeigen gemacht. Wann habt ihr so für euch so diese Richtung gefunden, die auch nach wie vor jetzt noch Bestand hat? Also wann hat sich mal so eine Philosophie gefestigt? Für was stehen wir? Was macht uns aus? Was findet man bei uns, was man vielleicht in anderen Einrichtungen nicht findet? Gerade wenn du dann nach Stuttgart gefahren bist und dir einen Überblick verschafft hast. Wann hat sich so diese Philosophie gefestigt? Ich glaube nicht, dass man es an Jahren... Es ist wie alles eine Entwicklungsgeschichte. Leben ist Entwicklung. Und wir haben aber schon bestimmte Ansprüche von Anfang an gehabt. Wir wollten immer ein familiäres Umfeld. Das war für uns wichtig. Man kommt zu uns und das ist auch heute noch so, nicht nur zum Trainieren, sondern auch der Kommunikation wegen. Es muss Spaß machen. Menschen wollen zu Menschen. Und das war damals so. Und damals war es dann so, dass man fast noch jeden Tag dann irgendwo hingegangen ist, was trinken oder regelmäßig ritualisiert. Freitag zum Italiener, einen Thunfischsalat essen und so weiter. Also das hat uns schon immer ausgemacht. Und das ist heute auf einer anderen Ebene aber noch ganz genau gleich. Kommunikation im Club lebt. Wann würdest du sagen, war so der nächste wichtige Schritt in dieser Entwicklungsphase? Also der nächste Schritt war mit Sicherheit ausgelöst durch den ersten USA-Aufenthalt Anfang der 80er Jahre. Da sind dann doch einige Sachen ins Laufen gekommen. Also das Interesse an Training, an Bodybuilding, an Fitness war natürlich bei mir oder ist immer größer geworden. Und dann ist die logische Konsequenz, du willst nach Amerika, du willst Venice Beach sehen. So, und das haben wir dann auch tatsächlich gemacht. Und das ist natürlich nicht mehr vergleichbar mit heute. Du warst damals als Deutscher in den USA ein Exot. Die Leute waren, was, du kommst aus Deutschland? Das war unfassbar. Und da fällt mir eine Episode ein. Wir sind also, wir wollten in das Goals Gym, das war der bekannteste Club, den es in den USA gab. Und dieses Goals Gym kannten wir aus den Heften. Wir kannten viele Bilder. Und in dieses Goals Gym wollten wir natürlich zuallererst. So, und jetzt sind wir in Venice gefahren, hatten keine Ahnung, wo das Goals Gym ist. Es gab natürlich kein GPS und es gab nichts und es gab auch kaum Amerikaner, die auf Straßen laufen. Und jetzt, wen sollen wir fragen? Und jetzt war tatsächlich ein Mensch unterwegs in Venice und wir halten an und fragen ihn, ob er uns sagen könnte, wo das Goals Gym ist. Und dann hat er gleich ganz kompetent gesagt, ja, also da geradeaus, links und, und, und. Also der wusste das aus dem Stehgreif. Und dann schaue ich ihn an und dann sage ich zu ihm, Sie sind doch Art Zeller, oder? Dann schaut er mich an, der hat am Dialekt gehört, dass ich Deutscher bin, weil seine Frau Deutscher ist, nebenbei bemerkt. Und er sagte, ja, aber woher ich denn das wüsste? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, dass ich ihn kenne aus den Heften in Deutschland, weil er war der damals bekannteste Bodybuilding-Fotograf, den es gab. Also der hat alle Fotos gemacht, die es von Arnold gab und so weiter. Also Art Zeller war praktisch die Nummer in Venice Beach und den treffen wir durch Zufall in Anführungszeichen, wenn es Zufälle gibt, tatsächlich. Und er ist dann mit uns ins Goldschirm gefahren. Es hat sich daraus eine, sagen wir mal, zumindest temporäre Freundschaft ergeben. Wir waren zwei Wochen in den USA. Wir waren jeden Tag mit Art Zeller zusammen. Art Zeller hat uns mit Arnold bekannt gemacht, mit Ricky Wayne, der damals Mr. Welt war. Also er hat uns Türen geöffnet, die sonst nicht so ohne weiteres zu öffnen gewesen wäre. Durch ein Zufall in Anführungszeichen. Durch ein Zufall. Und was da auch noch so witzig war, wir waren dann bei ihm öfters zum Kaffee eingeladen, wie gesagt, seine Frau war Deutsche. Und dann hat er uns Bilder gezeigt aus seinem Archiv von Arnold, die nie veröffentlicht worden sind, wo er dann auch mal zum Teil nicht so gut in Form war. Das war also fantastisch. Auch von Arnold. Also wir sind der Anfang der 80er. Ja. Und bleiben mal noch in Kalifornien, weil das war für mich schon eine eindrückliche Zeit. Ich habe da über die Verbindung von Art Zeller mehrfach mit Arnold zusammen trainieren können. Wir haben uns abgewechselt. Und mein Ziel war es natürlich, immer die gleichen Gewichte zu verwenden wie er, was gar nicht so wahnsinnig schwer war, weil er hat verhältnismäßig leicht trainiert. Und mir ist da schon der Unterschied aufgefallen zu dem Training, das er machte und dem, was ich machte. Nämlich er hat zu 100% konzentriert trainiert. Und wenn man das heute so betrachtet, würde man sagen, ja, der hat ein hohes Maß an Achtsamkeit an den Tag gelegt. Das ist ja heute das beliebte Wort. Das beliebte Wort. Achtsamkeit, Konzentration. Und Arnold hat zu mir gesagt, wenn neben mir eine Bombe explodieren würde, ich würde meinen Satz weitermachen. Also das bringt auf den Punkt, wie konzentriert dieser Mensch war. Und das war für mich eine Lernkurve, die relativ steil war. Er wäre wahrscheinlich nicht mit dem Handy auf dem Gerät gesessen, oder? Nein, völlig. Und um Gottes Willen, das wäre ein Albtraum gewesen. Was waren dann so die Dinge, die vielleicht, wenn du möchtest, wir bleiben gerne noch in Venice, bin gedanklich gerne in Venice. Ja, da würde ich noch Jahre bleiben wollen. Was waren jetzt so die Dinge, die ihr dort mitgenommen habt aus dem Urlaub? Weil du sagst, okay, das war so eine, ja, ein Meilenstein wieder in Amerika zu sein, dort diesen Spirit mitzunehmen. Was hat sich dann dadurch hier verändert? Ihr habt euch wahrscheinlich noch mehr bestätigt gefühlt, dass das der Weg ist, den ihr weitergehen wollt. Ja. Es haben sich Bekanntschaften dadurch entwickelt. Was hat sich jetzt dann... Und um das mal vom Fitnesstraining etwas loszulösen. Ja. Wer damals in Amerika war, der hat die große, weite Welt kennengelernt. Ich kann mich erinnern, ich bin in Santa Monica am Strand gesessen und habe das alles auf mich wirken lassen und habe gedacht, also wenn ich kreative Ideen brauche oder wenn ich, wenn ich der offenen Welt entgegen gehen will, muss ich mich wieder hier an den Strand in Santa Monica setzen. Das war damals ein Lebensgefühl, das eigentlich unbeschreiblich ist und vielleicht eine entscheidende Weichenstellung auch für die Zukunft war. Mhm. Dann auch so Dinge, wie ich habe Joe Gold kennengelernt im Goals Gym. Der war damals ein relativ alter Mann, zumindest schien er mir so mit Mitte 20 und aber eine unglaublich tolle, sympathische Persönlichkeit, der seinen Club gelebt hat und das war damals schon für mich der Ansatz. Ich habe gesagt, und wenn ich mal so alt bin wie Joe Gold, dann will ich genauso noch in meinem Fitnessclub stehen und möchte genauso mit der gleichen Begeisterung, die er ausgestrahlt hat, etwas an andere Menschen weitergeben. Geschafft. Ja, würde ich mal sagen. Er war stets bemüht. Okay, also wir sind Anfang der 80er USA, ihr fliegt wieder heim und fühlt euch da motiviert, bestätigt. Wie ging es dann weiter? Habt ihr dann irgendwelche Entscheidungen im Club verändert, in der Ausrichtung verändert? Gab es neue, wann gab es denn mal Fitnesstrends, die gekommen sind überhaupt nach Deutschland? Also zunächst mal komme ich nach Hause begeistert mit Arnold Schwarzenegger trainiert zu haben, ihn kennengelernt zu haben, mit ihm gesprochen zu haben und so weiter und das erste, womit ich konfrontiert war, war die Ansage von den Leuten, ja der hat doch nichts im Kopf, der hat doch nur dicke Arme. Und ich musste sagen, dieser Arnold war wie eine Lokomotive, der den ganzen Club für sich eingenommen hat, ein Mensch, der unendlich charismatisch war und musste dann ja dagegen argumentieren, das war dann für mich ein bisschen ernüchternd. Aber um auf die Frage zu kommen, es hat einen natürlich geöffnet und es hat die Fantasie natürlich dann nochmal geweckt, was für ein Potenzial vielleicht in Training, auch im gesundheitlichen Bereich ist, aber auch wie viel Spaß man damit verbinden kann und vermitteln kann, denn das war in den USA spürbar. Der Spaß. Der Spaß, ja. Das Miteinander. Gab es denn irgendwelche Trends irgendwann mal? Gab es dieser Aerobik-Trend wahrscheinlich waren sonstige Trends? Ja, das ist zeitlich jetzt in einer ähnlichen Phase, ich sage mal so 82, 83 gab es diese erste Aerobik-Welle und da gab es überhaupt keine Clubs, die das angeboten haben, weil das war eigentlich nur durchs Radio publiziert. Das war ein Herr Schucher, der hat da immer im Radio Aerobik für die Leute gemacht und jetzt wollten alle Aerobik machen, aber es gab es nicht und wir hatten natürlich in unseren 80 Quadratmetern nicht die Möglichkeit, das anzubieten und haben dann mit der Kampfsportschule, in der wir waren, eine Vereinbarung getroffen und haben dann tatsächlich einen Aerobik-Club gegründet, haben das beworben und die Menschen sind geströmt. Also das war unglaublich. In Lörrach? In der Kampfsportschule in Lörrach. Und am nächsten Tag nach dieser Eröffnung bin ich zu dem Direktor der Bank gerufen worden, der den Zeitungsartikel vor sich liegen hatte und die Überschrift war, das weiß ich noch genau, Verkehrschaos auf der Baser Straße. Aerobik-Club eröffnet. Und jetzt war ich da so die Galleonsfigur im Sinne von, ich habe halt dann eine kleine Ansprache gehalten und so weiter und die Uschi war dann sehr im Vordergrund in Bezug auf die, auf das Aerobik und ich musste jetzt meinem Chef erklären, ja, ich habe eigentlich damit nichts zu tun, das ist alles meine Frau und was soll ich machen, wenn die da so eine Begeisterung hat dafür. Aber es war dann so eine Zäsur und dann war klar, okay, die Inhaberin auch des Fitnessclubs muss die Uschi Josko sein und nicht der Georg Josko, weil ich das damals meinem Arbeitgeber gegenüber schwer hätte vertreten können. Ja, und dann war es also wirklich so, dass die Leute geströmt und es war eine Begeisterung da und die Begeisterung, ich würde mal sagen, hielt gefühlte drei Monate und dann hörten die wieder alle auf. Dann war nur noch ein relativ kleiner, eine kleine Restposten da. Das macht es dann aber auch irgendwo unwirtschaftlich. Also es ist natürlich dann in der ganzen Werbung, die dann entstanden ist über das Radio, der Eindruck erweckt worden, ich mache ein paar Mal Aerobic und bin in einer super Form und sehe genial aus. Und da muss man ehrlicherweise sagen, viel hat sich ja jetzt auch nicht verändert. Diese Illusion wird immer noch verbreitet. Nein, man muss arbeiten. Das ist schon. Und dann habt ihr es eigentlich, das Aerobic in die Räumlichkeit nach Weil integriert, oder? Ja, also natürlich dann in einer abgespeckten Form, aber es war tatsächlich so, dass von Anfang an nahezu Gymnastik, Beweglichkeitstraining ein Bestandteil unseres Trainingsangebotes war, weil wir es immer als wichtig erachtet haben. Und ich weiß noch, wie dann später auch andere Fitnessclubs dazu kamen, wie die uns belächelt haben und gesagt haben, was soll denn der Quatsch mit der Gymnastik, ja? Oder Stretching, damals hieß es vielleicht nicht Stretching, sondern es war ein Beweglichkeitstraining. Aber es war schon immer für uns basic, weil wir da die Prägung auch aus dem Kampfsport haben. Und das habt ihr gemacht am Anfang? Ja, das haben wir gemacht. Bis heute? Ja. Um wieder den Sprung, den Sprung zu machen. Ja, bis heute. Ja, ihr habt jetzt aber da nur einen Raum gehabt. Ich kenne die Bilder gut. Nehm mal, nehm mal den Zuhörer, die Zuhörerin mit, mal mal dieses Bild. Es gibt einen Raum, da stehen Geräte drin und jetzt hat man das Ziel, da aber auch noch einen Gymnastikkurs drin zu machen. Wie sieht das in der Praxis aus? Ja, also zunächst mal muss ich sagen, der Raum ist dann um einen weiteren erweitert worden, nämlich ein Kellerraum nebendran. Aus den 80 Quadratmetern sind dann 130 geworden, also 50 Quadratmeter kamen dazu. Aber da stand dann noch ein Solarium drin, also ja, das war, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Wenn das interessiert, gern mal auf unsere Homepage schauen. da haben wir die Historien per Bilder bebildert. Also das ist schon interessant. Ja, im Prinzip, aber funktioniert es wie heute. Man hatte Zuggeräte, man hatte Gewichte. So viel hat sich nicht verändert, außer dass wir jetzt auch elektronische Trainingsmöglichkeiten haben. Ja, und die Kurse, die haben um die Geräte herum stattgefunden. Ja, da sind wir rumgehüpft um die Geräte. Es waren natürlich auch keine 50 Leute, die da mitgehüpft sind, aber es waren dann doch zum Teil auch 10, 11, 12, die zum Beispiel samstags regelmäßig die Power Hour mitgemacht haben. Das war dann so ein richtig intensiver Kurs ab Mitte der 80er Jahre. Mitte 80er Jahre? Den ich damals gemacht habe, der legendär war und wo es heute noch Leute gibt, die sagen, Mensch, das müsstest du mal wieder machen. Power Hour. Das ist aber keine Ahnung. Alter Väter Sitte. Ja, Mitte 80er Jahre, da hat sich insofern einiges verändert, als dass ihr nicht mehr zu zweit wart, sondern dann plötzlich zu dritt. Ja, genau. Da durfte ich die Bühne betreten. Dann kam der Game Changer ins Spiel, ja, der Global Player, nämlich du, 1985 geboren. Und das war für uns natürlich auch eine Veränderung, ja, wir konnten nicht mehr so, die Uschi konnte nicht mehr so präsent sein, aber wir haben das super gehandelt und wenn ich mich so erinnere, wir sind ja jetzt in der gleichen Situation mit der Leni, der Enkeltochter, wie du in einem Körbchen auf dem Bauchgerät von Galaxy damals gestanden bist, also du immer dabei warst, du warst jeden Tag im Club, also wenn einer Clubluft geatmet hat, dann warst du es du und unser Hund, die Dixie damals, dass du warst also krabbelnderweise, dann wie auch immer später, Geräte putzenderweise, ständig in Aktion. Ja, ich bin im Club, mit dem Club groß geworden, mit dem Mindset, ja, absolut auch, mit dem Mindset und auch mit dieser Begeisterung für diese Thematik. Wir sind ja jetzt, sagen wir mal so sieben, sieben, acht Jahre, sind jetzt schon ins Land gezogen. Man hat jetzt das Gefühl gehabt, okay, der Weg ist der richtige, jetzt komme aber ich dazu, jetzt ist eine andere Verantwortung. Plötzlich kann man nicht mehr alleine sein Ding machen, sondern jetzt ist ein Kind da, dem man ja auch noch gerecht werden muss und wie du gesagt hast, 15, 16 Stunden Arbeitstag, zwei Jobs eigentlich, dann noch ein Kind, dann noch ein Kind dazu. Also die Uschi hat dann aufgehört in dem Moment, wo du auf die Welt kamst. Ich war dann natürlich immer noch volltätig und hatte auch nicht vor, das zu verändern, zumindest zu der Zeit nicht. Ja, und dann waren schon die Herausforderungen größer und dann war es natürlich auch so, dass unsere Mitgliederzahlen langsam gestiegen sind und wir da auch schon sicher vielleicht 60, 70 Mitglieder hatten. Ja, das war schon für uns dann eine Hausnummer, die auch dann Arbeit, Verpflichtung, wir haben ja, wir waren ja in Anführungszeichen gesetzt One-Man-Show, wir haben also selber den Club gestrichen, wir haben ihn selber geputzt, wir haben alles selber gemacht, wir haben Marketing selber gemacht, also was es gab, haben wir selbst gemacht. Ja, und mehr Mitglieder bedeutet ja eben auch mehr Aufwand. administrativ, plötzlich muss es Abrechnung geben und das hat man, ja, das habt ihr alle selber übernommen. Lastschriften wurden manuell geschrieben, über langen Zeitraum noch, ja. Muschi hat aufgehört zu arbeiten. Ja. Und wenn wir jetzt so einen kleinen Sprung voran machen, 1988, gab es dann für uns erstmal so einen Schocken-Moment, nämlich in der damaligen Tennis-Halle Chenji hat ein Fitness-Club aufgemacht, der für uns eine weitere, eine Dimension weiter war wie wir. Nicht im Keller, sondern in richtig schönen Räumlichkeiten, toll ausgestattet und dann haben wir gedacht, naja, jetzt wird es also richtig schwierig. Also wenn wir Pech haben, können wir jetzt zumachen, weil dem können wir eigentlich nichts entgegensetzen. Glaubten wir. Was wir aber auch aus heutiger Sicht sagen können, was man immer stark entgegensetzen kann, ist die Persönlichkeit, die persönliche Schiene, die Begeisterung, die man vielleicht ausstrahlt, die mit Räumlichkeiten zunächst mal gar nichts zu tun hat. Also kurzum, die haben Eröffnung gehabt und wir sind an dem Eröffnungstag hingegangen, haben uns das angeschaut und waren erst mal geflasht, weil es wirklich ein toller Club war, mit dem Aquarium drin und so weiter. Also es war für uns unfassbar schön und wir sind rausgegangen, die Uschi und ich und ich kann mich sehr, sehr genau erinnern. Ich weiß genau, wo wir gestanden sind. Wir sind rausgegangen und ich habe gesagt, boah, der Club ist eine Sensation und ich sage dir hier und heute, der gehört uns irgendwann. Und mit dieser festen Überzeugung sind wir gegangen und zwei Jahre später haben wir ihn tatsächlich gekauft. Der war unwirtschaftlich, er hat also da wirklich kein Bein auf den Boden gekriegt, richtig. Und wir haben den Club gekauft, der damals 130 Mitglieder hatte, was gar nichts war. Es waren 690 Quadratmeter, es war einfach zu wenig. Wir hatten nochmal 160, 170 Mitglieder zu der Zeit und sind dann durchgestartet mit 330 Mitgliedern. Also es hat eine Fusion praktisch stattgefunden und das war natürlich auch eine Herausforderung. Auch hier, man hat Mitglieder dort mit übernommen, die auch jetzt noch bei uns im Club sind. Also diese Loyalität, diese Beständigkeit, die zieht sich wirklich von Anfang an immer wieder durch, durch alle, durch alle Stadien, die so die, die Unternehmensentwicklung gemacht hat. Also wir sind in den neuen Räumlichkeiten, da kann ich mich dann auch ganz gut dran erinnern, an diese Situation. Und jetzt war ja eins immer wichtiger und das ist das, was ich vorher schon meinte, diese Philosophie, für was steht man. Du hast es schon immer wieder gesagt und viele, die uns kennen, glaube ich, können das bestätigen. Es geht uns sehr stark um das Zwischenmenschliche. Du hast immer mal gesagt, es geht darum, Menschen zusammenzuführen. Das hat man mit dieser Fusion einmal natürlich schon mal gemacht, so oder so. Jetzt kommen da aber welche dazu, die jetzt nicht euch kannten über die Jahre hinweg, sondern die eher jetzt eine andere Clubstruktur kannten. Die musstet ihr jetzt erstmal für euch begeistern, für die Idee einnehmen. Ich denke, das ist auch nicht so einfach, oder? Also das war sicher eine Herausforderung, die hat uns auch im Vorfeld Bauchschmerzen gemacht. Denn es sollten jetzt 130 Mitglieder, die uns nicht kannten, die fremd waren, integriert werden, die uns gegenüber vielleicht auch kritisch eingestellt waren, weil wir diesen Club gekauft haben und die vor allen Dingen, das habe ich immer gesagt, sich ja bewusst entschieden haben, dorthin zu gehen und nicht zu uns. Und die für uns zu begeistern, das war sicher eine Herausforderung, aber rückblickend kann ich sagen, die haben wir innerhalb kürzester Zeit gemeistert, weil die gemerkt haben, okay, die meinen das ehrlich, die sind Idealisten, die haben Spaß dran, die wollen etwas vermitteln und es ist innerhalb kurzer Zeit sehr, sehr positiv angenommen worden. Ihr habt immer noch vieles selber gemacht, also wir, das Geräteputzen war mein Job, müssen, Sonntag immer, Sonntag war Putztag. Ja, absolut. Also wir haben immer noch alles selber gemacht, die Entwicklung, aber insgesamt von diesem Fitness-Thema ist vorangegangen. Wann würdest du sagen, war jetzt so der Punkt, wo du jetzt auch gemerkt hast, okay, so in Deutschland insgesamt breitet sich dieses Thema aus. Aber wann hast du für dich das Gefühl gehabt, okay, das ist jetzt grundsätzlich ein Thema, da entwickelt sich was? Also Anfang der 90er Jahre kann man schon ganz klar sagen, da kam ein Trend in Gang und der hat sich natürlich extrem verstärkt und der verstärkt sich jetzt immer noch, weil die Erkenntnisse natürlich immer fundierter sind. Die Überzeugung war für uns ja schon immer da, aber Leute brauchen sehr oft eben schriftliche Erkenntnisse in Form von Studien, die beweisen das und dann kommt was in Gang. Und es kam natürlich auch hier ein Aspekt dazu, der immer völlig unterschätzt worden ist, dass es auch Spaß machen kann, Spaß machen kann, etwas gemeinsam zu machen. Es ist eine Form von Community entstanden, vor allen Dingen bei uns, die ja das Ergebnis der vergangenen Entwicklung auch ist. Und durch eure Präsenz. Ja. Und das ist auch immer das gewesen, was uns immer umgetrieben hat. Ich habe immer gesagt, wir sind der kleine, feine Italiener und da muss halt der Chef selber kochen und da muss der Chef im Service sein oder die Chefin natürlich, also es geht ja immer um uns beide oder um Familie oder wer auch immer, aber wir müssen präsent sein und wir müssen für das brennen, was wir vermitteln wollen. Und wenn wir selber nicht brennen, wenn ich als, ich sage mal, das jetzt ganz bewusst auch kritisch als Betriebswirt, unter betriebswirtschaftlichen Aspekten ein Fitnessclub gründe und ausschließlich und ausschließlich die Optimierung des Geschäftsverlaufes im Vordergrund steht, dann ist es nicht das, was wir wollen und das, was uns umgetrieben hat. Was nicht heißt, dass wir nicht heute auch diesen wirtschaftlichen Zwängen auch von den Räumlichkeiten und so ausgesetzt sind. Aber es steht nicht im Vordergrund. Ich denke und ich hoffe, dass jeder, der das hört und uns kennt, das für sich auch so innerlich bestätigen kann und vielleicht auch die, die uns noch nicht kennen, durch jetzt schon die letzten Minuten und das, was noch kommt, das Gefühl dafür kriegen, ja, wie wir ticken, wie wir die Dinge machen. Apropos machen, ihr konntet nicht mehr alles selber machen mit dieser Fusion. Ihr musstet dann irgendwann einen Mitarbeiter einstellen. Man muss ja dann irgendwann mal ein Team gründen und das ist vielleicht auch in dem Zusammenhang, was uns auch jetzt ausmacht, ist ganz, ganz stark und im Wesentlichen das Team und die Dynamik und die Energie, die auch vom Team ausgeht und das musste ja aber auch erst mal entstehen und das war zu dieser Zeit, was sind deine ersten Gedanken zum Team? Im Prinzip genau das Gleiche, wie ich jetzt gesagt habe zu den Kundenmitgliedern. Es war immer die menschliche Komponente, die uns geprägt hat. Das heißt also, es war immer das freundschaftliche Verhältnis zu jedem Teammitglied. Der Mensch steht im Vordergrund und ich habe einen schönen Satz gelesen, der das auf den Punkt bringt, weil wir uns da eigentlich intuitiv immer richtig verhalten haben und der Satz heißt, Leute werden wegen der Qualifikation eingestellt und wegen ihrer Persönlichkeit entlassen und bei uns war es immer umgekehrt. Wir haben Leute wegen der Persönlichkeit eingestellt, haben gesagt, boah, der passt genau zu uns oder die passt genau zu uns und die Qualifikation hat jeder erlangen können. Ja, bis heute. Und das ist bis heute noch so. Bis heute, ja. Das Team, wenn ich unser Team auch heute sehe, also das ist an Herzlichkeit und gegenseitiger Fürsorge kaum zu übertreffen und ich denke, da spürt auch jeder, diese positive Energie, die da ausgestrahlt wird. Wir sind Anfang der 90er Jahre, Fitness entwickelt sich immer mehr. Man hat jetzt ein bisschen über 300 Mitglieder, man hat ein Team und jetzt geht es ja eben um das, ja, um auch eine Entwicklung, die man weitermachen möchte und da spreche ich jetzt aus, aus Erfahrung oder aus Erlebnissen, aus Geschichten, die ich auch von anderen immer wieder gehört habe, aus dem Umkreis und zwar und auch etwas, was mich bis heute fasziniert, die Stärke und die Kraft zu haben, einen Erfolg zu verspüren und aber an diesem Erfolg insofern festzuhalten, als dass man keine unnötigen Risiken eingeht in Bezug auf Standorterweiterung, Expansion. Wann war für euch klar, dass der eine Standort und das ist ja das, was wir heute immer noch mit tiefer Überzeugung leben und ich zu 100 Prozent verinnerlicht habe, dass das, was wir machen, können wir nur mit einem Standort machen. Jetzt ist aber ein gewisser Erfolg da, du bist oder ihr seid Anfang 30, um die 30, die Kraft, die Überzeugung, ich bleibe bei dem Standort und alle Energie fließt dort rein und mache es nicht vielleicht wie andere bekannte, befreundete Clubbetreiber, die auch einen Erfolg mittlerweile haben und expandieren. Wie war für euch da klar, nee, das passt nicht zu uns? Also zunächst mal würde ich jetzt sagen wollen, du hast gesagt, warum wir das Risiko nicht eingegangen sind. Also wir waren ja nie risikoscheu. Das ist nicht das Thema, sondern es war wirklich diese Überzeugung. Es war die Überzeugung, ich kann nur eine Sache gut machen und ich kann nicht, Bismarck hat so schön gesagt, ich kann nur einen Hasen jagen. Und diese Expansion, die ich in vielen anderen Bereichen gesehen habe, das war nie unser Ding. Ich will nicht sagen, dass es nicht Gründe auch dafür geben kann, Filialen zu eröffnen, aber das, was uns stark macht, nämlich die Persönlichkeit, das hat etwas mit Präsenz zu tun. Es ist aber eine ganz wichtige Entscheidung, weil das, was wir heute sind, wären wir nicht, wenn da andere Entscheidungen getroffen worden wären. Also da schon, dann hätten wir jetzt richtigen Corona-Stress nochmal zusätzlich. Ich meine, das ist für uns alle eine große Herausforderung, aber wenn du natürlich dann viele Filialen hast und du hast ja gar nicht mehr persönlich die Möglichkeit, auf alles Einfluss zu nehmen, dann bist du Spielball der Entwicklung noch mehr wie als Individual- und Einzelbetrieb und da sind wir schon ausreichend. Und du kannst nicht mehr das machen, was eigentlich deine Leidenschaft ist. Du könntest nicht in jedem Kurs Kurse geben und würdest nicht die Namen von allen kennen. Das hat mir erst neulich jemand gesagt, der eine riesengroße Fitness-Club-Kette hat. Der hat gesagt, du hast es doch wunderbar, du stehst in deinem Club, kannst mit den Leuten reden, trainierst selber, ich sitze nur noch im Büro und muss mich mit Dingen rumärgern. Jeder, der in mein Büro reinkommt, hat ein Problem und erwartet von mir, dass ich das löse. Ich habe natürlich vorsichtig angedeutet, dass das das Ergebnis seiner Entscheidung ist und das, was wir machen, das Ergebnis unserer Entscheidung. Und da fällt mir auch immer so eine Geschichte ein, in diesem Zusammenhang, die geht jetzt in eine andere Richtung. Ich habe das mehrfach in der Vergangenheit gehört, wenn ich mit Kollegen, die Fitness-Clubs betreiben, wo auch immer, die dann gesagt haben, ich komme selber gar nicht mehr zum Training und ich habe so viel Stress und ich habe das und ich habe jenes. und ich dann auch immer gesagt habe, ja, aber wenn du die Überzeugung hast, wie willst du denn das an die Mitglieder weitergeben? Und ich habe dann zu ihnen auch gesagt und das ist heute auch noch meine grenzenlose Überzeugung, wir sind die erste Generation, die mit Fitnesstraining groß geworden sind und wir müssen jetzt den Beweis erbringen, dass das, was wir über Jahrzehnte erzählt haben, auch tatsächlich schlüssig ist und stimmig ist. Und die Verpflichtung sehe ich für mich und ich nehme die gerne an und habe da natürlich riesig Spaß dran. 90er Jahre, Mitte, was war euer weiteres Ziel? Wie ging es? Jetzt irgendwann war ja dann klar, okay gut, also das ist ein Thema, das verpufft jetzt nicht gleich wieder, was vielleicht Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre noch nicht so sicher war. Diese Überzeugung war jetzt klar, dieses Thema wird bleiben, das wird sich weiterentwickeln. Man hat sich sicher bestätigt gefühlt und bestärkt. Was waren jetzt so die nächsten gedanklichen Schritte? Ich war dann vielleicht fünf bis zehn Jahre alt, wie war für euch der weitere Plan zu der Zeit? Also Mitte der 90er Jahre haben wir die Familie Cengi zu einem Anbau oder dafür begeistern können, sagen wir es mal so. Also die Inhaberfamilie von der Tennis-Halle, in der wir unten drin waren. Wir haben dann erweitern können von 560 Quadratmetern auf 700 Quadratmeter etwa und das war nochmal ein großer Schritt und natürlich mit den Jahren kam dann schon auch immer der Gedanke, vielleicht auch mal selber etwas zu bauen. Wir haben uns dann auch immer mal so vorsichtig umgeschaut, das geht dann schon in die 2000er Jahre. Es hat sich aber nie was angeboten, zum Glück zu der Zeit, das wäre auch verfrüht gewesen. Aber der Gedanke hat sich immer mehr gefestigt, weil wir kamen wirklich an Grenzen. Wir haben, bevor wir dann unseren Neubau haben beziehen können, haben wir 1400 Mitglieder gehabt auf 700 Quadratmeter. Das ist natürlich schon wirklich eine extreme Hausnummer. und also der Gedanke festigte sich so, jetzt wollen wir etwas machen und haben verschiedene Gespräche geführt mit der Stadt Weil natürlich, denn wir waren ja zu der Zeit in Weil. Man hat uns da keine idealen Möglichkeiten anbieten können und dann ist mir eigentlich die alte Freundschaft zu Uli May eingefallen, der zu der Zeit Bürgermeister in Binzen war und ich diesen Dreispitz im Kopf hatte und wie gesagt, Uli May kannten wir schon sehr lange, wir haben einen sehr positiven Draht immer zueinander gehabt und den habe ich angerufen und habe ihn gefragt, ob wir uns nicht mal zusammensetzen könnten und mal über ein Projekt sprechen. Und er war dazu bereit und hat sich das alles angehört, er war durchaus positiv eingestellt, aber es werden Uli kennen, positiv reserviert, er konnte da jetzt natürlich auch keine zu große Erwartungshaltung erzeugen, vor allen Dingen waren das Dinge, die besprochen werden müssen mit dem Gemeinderat, aber es hat sich dann eine Perspektive abgezeichnet, Schritt für Schritt und ich kann an der Stelle auch nur sagen, dass ich dem Uli May sehr dankbar bin dafür, dass er uns auch den Weg geebnet hat und gesagt hat, wenn es jemand schafft, dann seid ihr das. Und wir haben heute ein sehr enges freundschaftliches Verhältnis, das sich eigentlich über diese ganze Bauphase und anschließend gefestigt hat. Ja, jetzt sind wir schon bei 2010. Du hast aber vorher gesagt und auch viele Mitglieder kennen diese Situation vielleicht noch, wie die Räumlichkeiten bei uns früher, die alten Räumlichkeiten frequentiert waren. Das heißt, wir hatten relativ viele Mitglieder auf doch sehr wenig Quadratmeter. Die Räumlichkeiten waren begrenzt und ihr, wir haben schon immer versucht, das Beste aus diesen Räumlichkeiten rauszuholen. Es waren aber nicht die Räumlichkeiten, das, was die Menschen in allererster Linie für uns begeistert hat oder interessiert hat, sondern es war die Art und Weise des Umgangs, wie man sie unterhalten hat, wie man Spaß gehabt hat miteinander. Und ich finde, das sollte man noch kurz mit erwähnen, denn vieles von den Dingen, die man früher angefangen hat, ziehen sich eben auch bis heute durch und der eine oder andere, der jetzt zuhört, wird vielleicht schmunzeln, weil er das eine oder andere Event wiedererkennt und manche kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Erzählt doch mal bitte ganz kurz, mit was ihr alles angefangen habt, um den Spaß, diese Gemeinschaft zu pflegen und aufzubauen. Früher, ich glaube, das ging schon Anfang 90er-Jahr los, Stichwort Rocky Horror Picture Show. Oh ja, das habe ich schon verdrängt. Genau. Das war in den 80er-Jahren. Okay. Also wir haben regelmäßig natürlich Clubfeste gemacht, das ist völlig klar, weil du jetzt gerade die Rocky Horror Picture Show ansprichst, das ist tatsächlich, da haben wir eine Inszenierung gemacht, wir selber alles, alles Marke Eigenbau in diesen Kostümen und wer die Rocky Horror Picture Show kennt, der kann sich vorstellen, was passiert ist, als der Vorhang aufgegangen ist und wir stehen da in der Unterwäsche und strapsen und es war eigentlich Jole, das war unglaublich. Also es waren viele Dinge, die einfach so die Community zusammengeführt haben, sowohl das Team als auch natürlich die Mitglieder oder was legendär ist, nach wie vor ist unser Grillfest auf der Dauerhütte. Wir haben Anfang der 80er-Jahre angefangen und seitdem kontinuierlich bis auf ein, zwei Ausnahmen, eine war jetzt zum Beispiel die Corona-Situation und einmal war es Schlechtwetter, haben wir jedes Jahr auf der Dauerhütte ein Grillfest gemacht. Ja. Und das machen wir heute auch noch genauso wie damals, nämlich wir stellen die Getränke zur Verfügung und das Grillgut bringt sich jeder selber mit. Und das ist nach wie vor so nachgefragt und macht den Leuten so einen Spaß, weil es ist so auch ein bisschen Back to the Roots und passt zu uns. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, die Rocky Horror Picture Show ist zu unserer Zumba-Night geworden heutzutage. Hat sich das entwickelt. Times Change. Times Change, genau. Ja, und eine Sache, von der es auch noch tolle Bilder gibt, ist wie man sich damals, auch das ist unvorstellbar für viele heutzutage, wie man sich damals auch öffentlich präsentiert hat und Werbung gemacht hat. Heutzutage Social Media Werbung und andere Videos, die man präsentiert, um zu zeigen, was man anbietet. Damals hat man es vor Modeschauen gemacht oder auf Straßenfesten. Kein Straßenfest war sicher von uns. Alles war schon verrückt. Wir haben dann Vorführungen gemacht, also aerobikmäßig und so und haben natürlich Infostände gehabt und vor Modenschauen, die regelmäßig in der Tennishalle gemacht worden sind. Landesgartenschau erinnere ich mich. Das war auch in den 80er, Anfang der 80er Jahre. Also es war wirklich skurril und da war man natürlich ein totaler Exot. Es gehört ja auch Mut dazu, sich da so exponiert da irgendwo darzustellen. Da war also so manchmal auch der ein oder andere Glas Sekt oder Wein im Vorfeld notwendig. Muss das sein. Also es war aber alles für sich gesehen eine tolle Zeit und wenn man auch das auf die heutige Zeit überträgt, hat sich ja so viel gar nicht verändert. das haben sich vielleicht die Art der Darstellung verändert, die Medien verändert, aber das Prinzip ist immer noch gleich. Und das Prinzip vor allen Dingen ist immer noch gleich und das ist es, was sich wirklich durchzieht, dass wir nach wie vor da sind, dass ihr da seid, dass jetzt ich da bin, dass bekannte Gesichter auch aus dem Team immer wieder da sind. Das heißt, wir sind an der Front und man sieht uns draußen. Damals hat man uns auf dem Straßenfest gesehen, heute sieht man uns vielleicht auf Videos oder auf Live-Sessions im YouTube, aber man sieht uns dort schon und man erlebt uns dann auch im Club und erlebt dann da diesen Spirit und diese Energie und das hat sich im Laufe der Jahre eigentlich jetzt eher sogar noch aufgebaut durch die vielen Persönlichkeiten, die da dazugekommen sind, die ihr, wenn ihr uns kennt, alle sehr gut kennt. Ja und auch natürlich die Anzahl der Mitglieder, weil letztlich ist ja auch jedes Mitglied ein Botschafter für uns und ich denke, da haben wir gute Botschaften. Also wenn man jetzt nochmal das aufgreifen darf, was du gesagt hast, es ist für uns, für die Uschi und mich natürlich fantastisch zu sehen, wie sich alles weiterentwickelt. Die Kontinuität, wie du jetzt das Heft in die Hand genommen hast und wie du federführend neue Wege gehst, aber vor allen Dingen die alten Ideen trotzdem für dich die Messlatte sind und du hättest ja auch völlig andere Vorstellungen haben können, aber du hältst an dem fest, was du als richtig erachtest und das finde ich natürlich super. Auch klasse jetzt die kleine Leni, die da ins Spiel gekommen ist und man auch von daher wieder so die nächsten Generationen aufwachsen sieht. Aber um das jetzt auch hier an der Stelle zu sagen, es war für mich so klar oder so irgendwie auch sicher für mich, was es vielleicht für euch eine Zeit lang nicht war, wie ich zu dieser Thematik stehe, weil ihr es immer so authentisch gelebt habt und das alles, von dem du gerade sprichst, diese Leidenschaft für die Sache, diese Energie, diese Bereitschaft, Risiken einzugehen, einen längeren Weg zu gehen, das habe ich auch zu Hause gespürt und es war kein Unterschied zwischen dem, was du sagst, wie man sich im Geschäft verhält oder wie man zu Hause ist, sondern das war eine Lebenseinstellung, das war ein schlüssiges, authentisches Verhalten und deshalb war das so animierend auch für mich und das zieht sich bis heute durch. Authentisch ist es nach wie vor. Du, um das auch vorwegzunehmen, viele kennen dich vielleicht so nicht. Du machst seit über 30 Jahren den gleichen Kurs am Sonntagmorgen, zweimal hintereinander, Mama auch, ihr Stepp und ihr Spinning, das ist auch schon jahrzehntelang zur gleichen Zeit. Ihr seid immer da. Also dieses Authentische, das führt zu dieser Energie, die in mir sich entfacht hat oder dem Feuer und natürlich dann auch im Team und auch bei den Mitgliedern. Denn da bist du jetzt dieses Vorbild, das du vielleicht, und jetzt springen wir wieder zurück zum Anfang, irgendwann mal sein wolltest. Denk an Joe Gold. Ja. Der Kreis schließt sich dann schon irgendwann immer wieder und so die Entwicklung mal ganz generell, man hat vielleicht Erkenntnisse, dann gewinnt man unendlich viele andere Erkenntnisse und am Schluss ist man aber wieder da, wo man am Anfang war, weil man sagt, okay, die Erkenntnis von damals war eigentlich richtig und viele andere Sachen sind Irrwege. Also gerade jetzt auch in Bezug auf Training sind sehr oft die ganz, ganz einfachen, banalen Dinge, die, um die es wirklich geht. Es muss nicht alles komplex und kompliziert sein. Und auch im Zwischenmenschlichen, auch das, was wir machen, ist doch eigentlich einfach. Wir wollen, dass man freundlich mit uns umgeht und es ist unsere Grundlage, das mit unseren Kunden zu machen. Das ist doch die Voraussetzung für Zusammenleben schlechthin. Und deshalb finde ich es so anstrengend zu sehen, wie sich jetzt die Gesellschaften teilen. Und vielleicht können wir ein kleines Stückchen dazu beitragen, hier zusammenzuführen. Ja, ihr habt schon immer das Ziel gehabt, auch hier sind wir wieder am Anfang, Menschen zusammenzuführen, eine Verbindung herzustellen und das entspricht jetzt nicht gerade unserer gesellschaftlichen Entwicklung, aber unserer Entwicklung im Club. Diese Dynamik und diese Energie findet sich auch jetzt wieder. Und jetzt würde mich doch schon interessieren, auch wenn wir natürlich über diese Sachen schon viel gesprochen haben und ich das große Privileg und Glück hatte, viel davon auch mitzuerleben und Teil dieser Entwicklung sein zu dürfen. Wie ist dieses Gefühl? Jetzt seit 2004 gibt es YouTube, seit 2000, nee, Facebook vielleicht, seit 2005, und YouTube, so schätze ich jetzt mal seit 2010 gibt es erst Instagram und seit dieser Zeit muss man ja wirklich sagen, in den letzten 15 Jahren hat diese ganze Fitness, die ganze Fitnessthematik einen wahnsinnigen Boom gekriegt. Mit ausgelüchtet durch die Social Media Kanäle, durch Bilder, durch Trainingsvideos und alles, was dazu führt. Wie ist dieses Gefühl jetzt zu sehen, dass der Fitnessmarkt, die Fitnessbranche, wie vorher gesagt, wahrscheinlich eine der coolsten und größten Branchen geworden ist, die es überhaupt auf der Welt im Moment gibt, in Kombination sicher mit auch dieser ganzen digitalen Entwicklung und man, und jetzt gehen wir wieder zurück, 77, sich Räumlichkeiten eingerichtet hat, um selber besser trainieren zu können mit den Fragen, ob Fitness überhaupt was für Frauen sei und ihr oder du, wir jetzt gerade im Gespräch sind, du siehst die Zeit jetzt. Was löst das so in dir aus, dieses Gefühl? So ein bisschen, muss man so sagen, ja, auch so einen gewissen Stolz, dieses Gefühl zu haben, richtiger Zeit am richtigen Ort, sagt man immer so ein bisschen. Wie empfindest du das jetzt? Weil das ist ja schon wirklich der Hammer. 1990 mit sowas anzufangen, ist nochmal ein bisschen was anderes. Wie fühlt sich das an? Das ist schwierig zu beantworten, weil es natürlich ambivalent ist. Auf der einen Seite haben wir Zeiten erlebt, die relativ entspannt waren. Wir haben jetzt eine Dynamik in dem Fitnessmarkt. Wir können unendlich viel lernen über YouTube. Ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, nicht gewusst, was ein Podcast ist. Heute sitze ich dir gegenüber und wir machen das. Es sind Möglichkeiten, die sind fantastisch. Wir müssen sie nur nutzen und da ist so ein bisschen auch manchmal meine Angst. Wir müssen sie nutzen zum Wohle von uns allen. Und wenn wir das tun, ist es genial. Wir können unendlich viel lernen über YouTube. Wir können unendlich viel lernen über die Form der Kommunikation, die entstehen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns da nicht auf ein falsches Gleis begeben in Form von Abhängigkeiten oder extremen Vorstellungen. Wenn wir bereit sind, zu lernen voneinander, uns gemeinsam weiterzuentwickeln, dann ist das zum Wohle von uns allen. Und wenn das Verständnis für, ich sage mal, die Sinnhaftigkeit von einem regelmäßigen Training überhaupt mal da ist, dass es nicht das Prinzip Zufall ist, der eine ist gesund, der andere ist krank, der eine hat die genetische Disposition, der nächste nicht. Nein, wir haben es selber in der Hand und das müssen wir verstehen und da sind die Informationen, die wir jetzt haben, sehr, sehr unterstützend. Und da muss man natürlich auch sagen, wer ist denn ein Symbol für Gesundheit, Leistungsfähigkeit und vielleicht Fitness? Sehr oft sind es die nicht, die es repräsentieren. Und wenn jetzt in der aktuellen Situation uns vielleicht verschiedene Politiker, ohne sie beim Namen zu nennen, empfehlen, wie wir uns gesundheitsorientiert verhalten, die aber selber in keinster Weise Repräsentanten sind dafür, dann ist das für mich manchmal ein klein wenig anstrengend. Aber deshalb leisten wir vielleicht auf unsere Art einen kleinen Teil. Definitiv. Einmal das Vorleben, das ist das eine. Das andere ist, diesen kleinen Teil dazu beizutragen, dieser kleine Teil der heilen Welt bei uns, dass wirklich Menschen zusammenkommen und gemeinsam wir leben wollen, gemeinsam Dinge genießen wollen, gemeinsam lachen wollen, gemeinsam Spaß haben wollen und das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Wir nach wie vor auf den Säulen, auf denen ihr vor über 43 Jahren vielleicht auch noch eher unbewusst eine Entwicklung in Gang gesetzt habt, wir immer noch auf diesen Säulen stehen, fester wie vielleicht je zuvor und auch in Zukunft es sein werden. mit der Leidenschaft, mit dem Team im Hintergrund, mit uns als Familie haben wir noch viel vor und ich freue mich sehr über die nächsten Podcasts mit dir. Jetzt weißt du ja, was ein Podcast ist. Und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich fand es unglaublich wichtig, dass wir mal so über diese Gesamtentwicklung jetzt auch in dem Zusammenhang sprechen, dass sowohl die, die dich kennen oder die, die euch kennen, uns kennen, aber die, die uns auch noch nicht kennen, so ein bisschen mehr ein Einblick bekommen, was eigentlich dazu geführt hat, dass Dinge so sind, wie sie jetzt sind und schließe wie immer damit ab, ob du noch was auf dem Herzen hast. Willst du noch was mitgeben? Gibt es noch was, was wir vergessen haben? Ich würde das einfach noch mal fortführen, was du jetzt gerade gesagt hast, was wir brauchen, ob das jetzt für unsere Zukunft ist, als Fitnessclub, ob es für die Branche ist, ob es für die Welt ist, es ist egal, wir brauchen alle positive Energie, wenn wir ein positives Ergebnis wollen. Und Angst killt alle Kreativität. Also wir müssen positiv bleiben und wir müssen uns das Umfeld suchen, das uns in dieser Hinsicht motiviert und begeistert und unterstützt. Und ich danke dir natürlich, es hat mir riesig Spaß gemacht, wie sich jeder vorstellen kann, über diese alten Zeiten zu sprechen, ist natürlich etwas Fantastisches. Also jeder, der sich für irgendwas interessiert, kann mich im Club natürlich jederzeit ansprechen, sowieso, ganz klar. Also ich danke dir für die wohlgesetzten Fragen und freue mich auf den nächsten Podcast. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über dein positives Feedback und über eine Bewertung. Natürlich kannst du auch ganz einfach den Podcast an Freunde und Bekannte weiterleiten, wenn du das Gefühl hast, dass dir das Thema interessieren könnte. Und dir wünsche ich jetzt ganz viel Spaß mit der nächsten interessanten Folge.